Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Raffzahn, der bissige Spielspaß aus dem Schmidtspieleverlag. Das ist ein Spiel für 3-6 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Raffzahn. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung Dann gibt es hier ganz viele solche Zahnplättchen, da sind hinten drauf Zähne und vorn drauf die entsprechenden Figuren zu diesen Zähnen. Und dann gibt es drei Würfel. Ja, das ist er, der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau ist grundsätzlich ganz einfach, aber ein bisschen zeitaufwendig. Ihr müsst nämlich diese ganzen Plättchen nach Zahlen sortieren und dann lauter Reihen machen. Die Reihe 1 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30 und 31 bis 40. Und zwar müsst ihr die immer mit den farbigen Seiten nach oben dann in diese Reihen reinlegen. Wie gesagt, ich mache das jetzt, während ihr mir nicht zuschauen müsst, denn so spannend ist das nicht. Aber wie gesagt, die ersten sind hier diese grünen. Da geht es halt los mit, also von eurer Seite aus, so rum. 1, 2, 3, 4. Dann eben 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind hier so blaue Kärtchen. Anhand dessen kann man schon mal ungefähr zuordnen, in welche Reihen die reingehören. Denn umso mehr Zähne drauf sind, umso weiter hinten kommen die dann. Wie gesagt, das dauert ein paar Sekunden, das Ganze aufzubauen. Aber wenn das dann aufgebaut ist, legt man nur noch die Würfel mit dazu und dann kann es auch schon losgehen. Jeder Spieler versucht durch Würfeln möglichst viele Zähne zu erbeuten. Doch aufgepasst, denn im Verlauf des Spiels fallen manche Zähne wieder aus. Wer bei Spielende die meisten Zähne gesammelt hat, gewinnt das Spiel. In Raffzahnen geht es also darum, Zähne zu sammeln. Und dabei geht es jetzt nicht um die einzelnen Plättchen, sondern wirklich um die Zähne, die die Personen im Mund haben. Das heißt, hier so ein 1er Plättchen hat zum Beispiel nur einen Zahn im Mund. Sieht man hinten drauf auch, da ist nur ein Zahn drauf. Und hier das 40er Plättchen, da sind dann schon mehr Zähne geboten. Und um diese einzelnen Zähne geht es. Wer da am Schluss am meisten hat, hat das Spiel gewonnen. Grundsätzlich beginnt das Spiel so, dass man sich einen Startspieler aussucht und der nimmt sich mal die drei Würfel. Auf den Würfeln gibt es verschiedene Sachen. Zum einen eben Zahlen von 1 bis 5 und hier jeweils einen Stern auf diesen blauen Würfeln. Und auf dem gelben Würfel gibt es einmal hier diesen faulen Zahn, der ist schlecht. Dann gibt es auch einen Stern. Und dann gibt es die Werte 10, 20 und 30 darauf. Das sind die Sachen, die es auf diesen Würfeln gibt. Und mit denen müssen wir jetzt arbeiten. Das bedeutet, der Spieler, der dran ist, der darf jetzt bis zu dreimal würfeln. Das kennt man aus Spielen wie Kniffeln. Man würfelt also, legt was zur Seite, würfelt nochmal vielleicht, nimmt was anderes zur Seite oder was zur Seite gelegt ist wieder dazu. Also da kann man bis zu dreimal eben rumhantieren, was weglegen, was dazunehmen. Oder auch nach dem ersten Wurf natürlich sagen, okay, das nehme ich sofort. Aber wie gesagt, nach dem dritten Wurf ist Schluss. Und dann sollte man etwas haben, mit dem man hier etwas anfangen kann. Das Spiel ist ab drei Spielern geeignet, hat auch den Sinn, dass sich die Plättchen nicht bei nur zwei Spielern sammeln. Ansonsten ist das relativ, ja, es ist komisch. Es funktioniert sogar zu zweit. Ich habe es mal probiert. Das geht schon, aber es ist dann einfach, es fallen viele Zähne wieder aus, weil man einfach selber viel von den Sachen dann vor sich liegen hat. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen, wie das funktioniert. Dann versteht ihr auch, dass es mit mehr Spielern mehr Sinn macht, weil sich einfach die Kärtchen hier bei mehreren Spielern verteilen. Also der Spieler, der dran ist jetzt, unser Startspieler, nimmt die drei Würfel und Würfel spielt einfach mal durch. Sterne sind grundsätzlich, wenn sie alleine liegen, eine Null. Das heißt, die bringen so erstmal nichts. Sterne werden erst interessant ab zwei Sternen. Würfel ich nämlich hier zwei Sterne, dann darf ich mir den nächsten freien, kleinsten Zahn zu mir nehmen. Würfel ich sogar drei Sterne, dann darf ich mir den nächsten freien, höchsten Zahn zu mir nehmen. Und da ist es wichtig, hier darf ich nur die Zähne nehmen, die in dieser Auslage noch liegen. Beim normalen Würfeln darf ich nämlich teilweise sogar die Zähne wieder von meinen Mitspielern mir klauen. Aber bei diesen Sterneaktionen immer nur bei zwei Sternen den kleinsten von hier vorne und bei drei Sternen den größten von hinten weg nehmen. Gut, jetzt gibt es hier ein paar Regeln. Fangen wir mal ganz normal mit der normalen Situation an. Ich würfel, habe jetzt hier eine 6. Jetzt könnte ich mal mit der 6 einfach hier den 6er Zahn nehmen. Jetzt sage ich aber, nee, ich hätte gerne was Höheres. Ich lege die beiden zur Seite und würfel nur den Stern hier nochmal. Jetzt habe ich hier wieder den Stern. Jetzt darf ich noch ein drittes Mal würfeln. Dann, das mache ich wieder den Stern. Jetzt müsste ich eben die 6 nehmen. Und dann nimmt man sich diese Karte hier einfach raus und legt die in seine Auslage hin. Wichtig ist, die ersten drei Kärtchen, die man bekommt, legt man mit der offenen Seite, mit der farbigen Seite hin. Das vierte Plättchen darf man dann mit der Rückseite hinlegen, mit der verdeckten Seite. Und das ist ganz wichtig, denn nur offene Plättchen dürfen von den anderen Spielern auch genommen werden. Verdeckte Plättchen nicht mehr. Und dann ist der nächste Spieler einfach dran, nimmt auch die drei Würfel, würfelt los und hat jetzt hier eine 20, eine 4, eine 3, also 27. Und könnte hier auch sagen, ja, das nehme ich einfach, nimmt das hier raus, legt es offen zu sich hin. Und dann ist unser dritter Spieler dran. Und dann auch der würfelt, der hat hier ein Sternchen und nur 5, das will er nicht haben. Und weiter würfelt er, jetzt hat er wieder ein Sternchen, der würfelt nochmal, hat eine 20, jetzt hat er die 25, die ist auch noch da. Die nimmt er sich. Ich sehe gerade, die gehört eigentlich da rüber, ist grundsätzlich aber egal. Und auch das legen wir dann bei uns hin. Wichtig ist, dass man die Sachen immer in aufsteigender und absteigender Reihenfolge eben hinlegt in einer Reihe, dass man die auch schnell wieder findet. Denn es gibt natürlich noch ein paar Sonderregeln hier bei unserem Spiel. Und so ist es wichtig, sobald der erste Spieler seine erste Karte hat, ab dann muss man schauen, was man würfelt. Denn wenn ich etwas würfel, was ich selber besitze, dann habe ich einen Eigentreffer gemacht. Das bedeutet, der Spieler würfelt von mir aus und hat jetzt genau eine 6 gewürfelt. Dann ist sofort für ihn Schluss. Also alle müssen da mal aufpassen, was sie vor sich liegen haben und auch die anderen Spieler ein bisschen im Blick haben, was die vor sich liegen haben. Und sobald man sieht, bam, du hast gerade das gewürfelt, was du selber vor dir liegen hast, dann ist der Zug des Spielers sofort vorbei. Er hat einen Eigentreffer gemacht und das bedeutet, dass er, wenn die Karte mit der farbigen Seite da liegt, die Karte aus dem Spiel nehmen muss, liegt die Karte mit der Rückseite da, dann muss er sie erstmal auf die Vorderseite drehen. So kann es dann auch passieren, dass man eben mehr wie drei offene hier liegen hat, die von den anderen Spielern wieder geklaut werden können. Denn wenn es zum Beispiel unser Spieler hier vorne nochmal dran ist, er würfelt jetzt nicht eine 6, sondern er würfelt eine 27. Wenn er das tut, dann sieht, hm, hier ist keine 27 mehr da, wer hat denn die und sieht, ach, die hat der Spieler hier drüben, dann darf er sich die nehmen. Nehmen darf ich sie eben nur, wenn sie auf der farbigen Seite noch liegen. Liegen sie schon auf der verdeckten Seite, dann sind sie gesperrt und können nicht mehr gestohlen werden, aber solange sie auf der farbigen Seite liegen, kann man das nehmen. Im Normalfall hat eben jeder Spieler drei farbige Karten ausliegen, außer eben, man hat doch einen Eigentreffer, Karten selber wieder umdrehen müssen, und dann können es auch mehr sein. Ansonsten nicht vergessen, nach dem dritten wieder verdeckt hinlegen. Ja, das nächste, was passieren kann, ist ein Fehlwurf. Fehlwurf ist natürlich total dumm und das ist einfach, wenn ich nach dem dritten Wurf etwas habe, wo ich nicht mehr nehmen kann. Das passiert am Anfang wahrscheinlich noch nicht so oft, aber wenn dann erstmal hier ein bisschen leer ist, dann kann das natürlich häufiger passieren, dass ich einen Fehlwurf habe und nichts von hier nehmen kann, nichts von den Spielern nehmen kann und dann muss ich drei Zähne abgeben. Bedeutet nicht drei Karten abgeben, sondern drei Zähne. Und habe ich nur höherwertigere Sachen, dann muss ich auch überzahlen. Es gibt kein Wechselgeld zurück, also müsste ich jetzt in dem Fall drei Zähne abgeben. Hier ist nur einer drauf, das bringt mir nichts. Hier sind halt fünf drauf, da muss ich halt den abgeben mit den fünf, überzahl sozusagen um zwei, aber Pech, weil ich habe nichts anderes da. Also das ist das, wenn ich nach dem dritten Wurf nichts machen kann, habe ich einen Fehlwurf. Und so läuft das Spiel jetzt einfach mal durch. Ich würfel noch kurz ein paar Mal und das Spiel in der Mitte ist jetzt dran. Der würfelt, hat hier zwei Sternchen, darf sich also hier den kleinsten nehmen, wenn er möchte. Ich lege das zu sich hin, dann ist er hier drüben gleich dran. Und der würfelt unseren faulen Zahn, den hatten wir noch gar nicht. Der ist natürlich ganz wichtig, denn wer den faulen Zahn würfelt, dem seine Runde ist sofort beendet. Der braucht gar nicht mehr weiter würfeln und nichts. Sofort vorbei und der nächste Spiel im Uhrzeigersinn ist dran. Also fauler Zahn ist das dümmste, was man würfeln kann. Das will keiner haben, sonst hätte ich gerne fünf gewürfelt. Die liegt noch hier, sage ich, ne, fünf will ich nicht. Ich würfel einmal neu, jetzt sind wir schon fünf, zehn. Sag ich, ja, die nehme ich mal raus hier und lege die auch noch offen zu mir hin. Das ist jetzt die dritte Karte und die nächsten werden jetzt eben verdeckt angelegt. Der in der Mitte würfelt, hat jetzt zwei Sterne, könnte jetzt die kleinste nehmen, will er aber nicht. Wie gesagt, mit den Sternen ist sehr, sehr wichtig, später im Spiel, wenn dann nur noch wenige Sachen hier liegen, dann kriegt man mit zwei Sternen wenigstens das nächste, was noch frei ist von oben oder unten, dann zu sich. Weil genau diese Zahl dann zu würfeln, das ist schon relativ schwierig. Jetzt sage ich, okay, will ich nicht, ich würfel den hier nochmal, nochmal Sternchen. Jetzt würfel ich alle nochmal, Risiko, hab die 15 und die 15 hat er hier drüben aufgedeckt liegen. Das heißt, ich darf ihm das klauen und zu mir hinlegen. Dann ist er hier außen dran. Er würfelt die 14, sagt, na gut, die 14, die nehme ich jetzt einfach und leg die auch zu mir hin. Jetzt ist er hier vorne wieder dran. Er würfelt die 5. Wäre hier, will ich nicht, ich würfel nochmal ein Sternchen, würfel nochmal ein Sternchen. Also muss ich die 5 nehmen, leg die wieder offen zu mir hin, weil es immer noch nicht meine 4. ist. Der hier in der Mitte ist wieder dran. Er würfelt die 27. 27 hat er hier drüben. Die kann ich ihm jetzt klauen. Die sagt, ich muss es ihm nicht klauen. Wenn ich sage, nö, ich will was anderes würfeln, kann ich das auch sein lassen. Aber so eine 27 ist natürlich schon mal 5 Zähne wert. Die nehme ich ihm natürlich weg. Dann ist er hier drüben dran. Hat jetzt die 24. Sagt, ja, die nehme ich auch. Die ist auch schön hoch. Und man legt die halt immer in einer Reihe so hin, dass man die schnell sieht, was die Spieler haben und eben schnell gucken kann. Der hier vorne ist dran. Würfelt den faulen Zahn. Ist sofort übersprungen. Er in der Mitte ist dran. Würfelt hier die 15. Die hat er jetzt selber. Somit hat er einen Eigentreffer gemacht. Muss die 15, weil sie auf der hellen Seite liegt, auf der farbigen, aus dem Spiel nehmen. Und hat jetzt eine weniger. Er hier drüben ist dran. Würfelt den faulen Zahn. Er hier vorne ist dran. Würfelt die 36. Das ist natürlich schön hoch. Das nehme ich mir. Leg das zu mir hin. Dann ist er in der Mitte wieder dran. Er würfelt den faulen Zahn. Und hier her außen ist dran. Würfelt eine 3. Und sagt, die nehme ich jetzt einfach mal. Und das ist jetzt die vierte Karte. Und die darf ich jetzt eben verdeckt hier dran liegen. Die ist sozusagen geschützt jetzt erstmal. Ja. Und so wird es einfach so lange gespielt, bis die komplette Auslage an die Spieler verteilt wurde. Und dann zählt jeder Spieler hier hinten drauf die Zähne, die er gesammelt hat. Und der Spieler, der am meisten Zähne sammeln konnte, hat das Spiel gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Rafzahn aus dem Schmidt-Spiele-Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in unserem nächsten Brettspiel-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's es gut. Euer Michael.